Mein Name ist Ramin, ich arbeite als Assistent Gesundheit und Soziales im Pflegezentrum Forch. Mein Name ist Anay, ich mache die Lehre als Fachfrau Gesundheit im Pflegezentrum Forch. Mein Name ist Senada, ich mache die Lehre als Fachfrau Gesundheit in der Spittagsfahnenstil. Ich bin Sophie und ich mache die Lehre als Fachfrau Gesundheit im Pflegezentrum Forch. Jetzt zeigen wir einen kleinen Ausschnitt aus unserem Pflegealltag. Kommt mit! Meine Kernaufgaben als Assistent Gesundheit und Soziales sind Bewohner zu aktivieren und ihnen Freude zu bereiten. Ich habe mich für eine Lehre in der Spittagsfahnenstil entschieden, da es mir Freude bereitet, die Menschen in ihrem persönlichen Haushalt medizinisch zu betreuen. Meine Lehre als Fachfrau Gesundheit ist sehr vielfältig. Mal bin ich Beraterin, mal Coiffeusein, Styleberaterin und vieles mehr. Bist du teamfähig, geduldig und hast gerne mit Menschen zu tun, dann bist du bei uns genau richtig. Jetzt hast du einen kleinen Einblick in unseren Berufsalltag bekommen. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerbe dich bei uns. Wir freuen uns auf dich. Die Musik Untertitelung des ZDF, 2020